Ahoi Leute! Willkommen zurück zu Borderlands Part 26. Wir sind gerade im Crong's Canyon. Wir sind Jumps vorunter, es geht hier hoch. Ja, was wollen wir da? Da müssen wir nicht lang. Anscheinend. Davon gehen wir dahin, wo wir müssen. Seitdem wir die Quests machen, weil wir immer dahin gehen, wo wir die Quests machen müssen. Ja, hier ist der Interessanter. Ja, aber dahinten gibt's Quests und dahinten ist die Hauptquests, wo wir im Gilden. Er hat den Bonus, deswegen folge ich ihm. Aus dem Dead Ayers. Wir brauchen echt mal langsam ein Mäuschen für die Aufnahmen. Oh mein Gott! Ein Mäuschen, das mit sexueller Belästigung und Nötigung klar kommt. Nein, ich sagte ein Mäuschen, kein Stück Scheiße. Oh, oh, Shots fired! Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, ich sterbe, 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 sterbe. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich weiß nicht, wieso, aber die Spider hat mir gerade so viel Schaden gemacht. Weil es ein Königin ist, deshalb wahrscheinlich. Tod. Ich weiß, ich habe mir drauf geschossen und gekrittet. Ich habe am Arsch gekrittet. Ich habe ihr einfach auf den Arsch gehauen. Oh ja. Oh Gott, oh Gott, noch einer. Back in. Michi, geh du mal bitte vor. Okay. Ich geh schon. Für erst mal meinen Waffen nach. Fisch, du bist doch nicht der Stürmer. Vielleicht können sie eine Mischung aufbreiten. Ja, stimmt. Oh Gott. Oh Gott, ein König. Oh, was zum... Ah, hi. Du kleiner Pisser. Ja. Ja. Ja, du bist ein kleiner Arsch. Oh, ein Klass-Mod für mich. Ja, nimm ihn einfach auf. Oh, was Lila ist. Ich habe es einfach direkt aufgenommen. Ich sammle nie was auf, wenn ich sehe. Ich sammle nie was auf, wenn ich sehe. Ich sammle nie was auf, wenn ich sehe. Außer Geld. Doch, bei Freddy muss ich immer ganz schnell looten. Weil wir hier kein Instant-Loot haben. Instant-los, nicht Instant-Loot. Jetzt mal. Ich mag den Caddy irgendwie nicht. Das ist mir zu. Willst du mir vielleicht meinen Klass-Mod dann noch geben, oder? Nö. Oh. Sieht der so aus? Ja, eigentlich schon. Da ist ne Frau. Ja. Das war's. Wenn du als Mann eine Frau hast, dann nimmst du dir alles weg. Ich stehe einfach nur rum und guck mich an. Ja. Ich dachte, du stehst einfach nur rum und guckst einfach. Du bist so ne. Oh mein Gott, Druidika. Ich weiß, was ich gar nicht haben. Ich glaub, dass uns Kreisel ist, weil da ist noch keine Druidika. Das sind Druidikas. Ganz eindeutig. Nur Druidika bewegen sich sofort. Ja, muss auch. Viel zu eindeutige Bewegungsmuster auch mit dem Umwand. Und so. Die anderen sind sich gar nicht rum. Also angeblich soll ich 600% Schaden plus machen, aber irgendwie merk ich davon nicht. Um mich anzuspringen. Also ich wollen halt die Viecher. Das darf noch Fisch. Ähm. Wir müssen uns echt mal ein Mäuschen zu veraufnahmen. Ja. Die würde sehr schnell weg sein, weil wir halt die ganze Zeit so reden, wie wir reden. Ja. Ne, wir müssen eine finden, die mir zu allem klarkommt. Ja. Insexuelle Belästigung, Nötigung, Verwaltigung. Ich versuche so eine gute Freundin von mir, um das reinzubringen, aber der hat keinen guten Computer. Das ist das Problem. Egal. Dann muss die halt ihre Grafik auf 640x480 steuern. Die muss ja ruhig auch nur, sie muss nur mitspielen. Ja. Den verstehe ich erst mal beim Schild nicht. Mit unseren Sprüchen, klar. Komm, was auch. Die wird hier einfach kontern in den Tod. Sie wird hier einfach den Tod kontern. Oh, gut so. Und weil sie das jetzt gehört hat, weiß ich, dass ich sie angesprochen habe. Also falls sie das alles bei mir noch verfolgt. Kann sie gerne machen. Ich glaube. Ich finde das gut, wenn Frauen mal stärke zeigen. Ich glaube, dass... Oh mein Gott. Ich stehe direkt vor ihm und ziehe kaum was, ey. Oh, hi. Ist ja auch cute. Direkt gleich schon Dosen, sondern... Doch nicht so cute. Doch nicht so cute. Doch nicht so cute. Doch nicht so cute. Der wäre schon tot. Danke. Dankeschön. Kein Ding. Ich kann nicht erschießen. Ja, den kannst du nicht. Aber wieso machst du das? Du kannst auch gerne festhalten. Nee, ich habe das Gehalt nicht. Und weggeguckt und dann habe ich geschossen. Und durch das Schießen wurde es unterbrochen. Das wusste ich nicht. Danke, Freddy. Das Akeshi. Nein, das warst du. Was überhaupt? Ich habe die Kälte nicht bekommen. Ich habe nur geschossen. Was ist los mit dir? Genau gehört, wie es dein Schuss war. Ja, ich habe... Ich habe die Kälte nicht bekommen. Ich habe geschossen. Ich habe aber nicht getroffen. Schasi. Ich habe ihn hier wahrscheinlich weggenommen. Ja, hier stehen Farbdosen. Besi. Nein, das ist Hundefutter. Das ist Hundefutter. Ich meine, das ist wörtlich. Atlas. Von der Atlas Corporation. Warum? Ich bekomme langsam Hummer. Hier geht es anscheinend oben. Das ist schon wieder so ein Bastard. Ich bin in Luft gesprungen. Das hat nicht viel gebracht. Ich bin in Luft gesprungen. Kirschi. Kirschi kommt von hinten raus. Ja, ich habe... Wollt mal rein raus. Wollt mal rein raus. Okay, jetzt gib mir Prügel. Danke, Kirschi. Bitte? Ich bin der Einzige, der immer die Kills lässt. Da ist der Pisser. Wo ist doch der kommt wieder hier? Boah, meine Monster. Da ist ja noch einer. Der hat sich da verkannt hat. Oh. Ich habe jetzt einen Kopfschlag. Wie immer wer wollte. Alter! Wo ist der denn da? Aktuell nachladen. Wie lange? Ich kann das nicht sagen? Ich habe einen Medikit gefunden. Ich habe gerade einen FPS Einbrüche. Ich bin 42 stabil. Ich habe 62 stabil. Ich habe 60 FPS und trotzdem reagiert mit dem Spiel in eine... Äh... Ungefähr... Also gut. Ich würde sagen ein Drittel bis eine halbe Sekunde verspätet. Free Range. Oh, das sind sogar Freilands-Gags. Freilands-Gags? Aus Freiland-Haltung? Ja. Kann man die essen? Das ist Skaggleih, was wir sagen. Das ist nicht klar, oder? Was? Wir sammeln Hundefutter. Na und? Wir sammeln Skaggleih. Ich habe auch schon Babyfutter gegessen. Babyfutter ist super lecker. Ist es auch. vor allem wenn man irgendwie durchfall oder sowas so richtig schön die braune Sprühkupe oh Gott das habe ich noch nicht gewusst äh ich liege übrigens auf dem Boden und bin gleich tot ich auch oh letzte Sekunde so danke ich wollte eigentlich festhalten und dann so ich klicke selber hin scheiß ich lese gar nicht nur was da draufsteht Gesichtsschmelzer da steht nur was da steht immer dasselbe drauf nein das erste Mal stand da das ist äh Hündefutter nein das ist kein Hundefutter das ist Gagfutter das ist einfach das Gagfleisch da steht nur drauf nein da steht Atlas Corporation Free Range ach so nein ich bin übrigens schon wieder gefallen ich chill hier nur so ich bin voll arg rum ach du stehst schon wieder? ähm ja ich bin hier hinten tot und tot wie du stehst schon wieder? ich dachte grad Fisch hilft dir ich dachte grad er steht schon wieder und ich war auch ich war die ganze Zeit auf 30 HP gewesen deshalb bin ich weggerannt nee ich war tot und jetzt bin ich halt wieder da weil ich gut mit der Waffe kritten kann Alter ich hab gekrittet übrigens ich auch nee ich war das Gott ey die sind halt psychos Schläger wenn ich ein halbes Magazin erstmal verschieße und ich treffe wo ich ihn direkt in den Kopf schieße nice tot ich hab'n kaputten Tapschrap gefunden ich könnte ihn Rapschrap nehmen bevor ich ihn repariere mach'n Kapschrap mach'n Kapschrap die totale Schlägerei die totale Schlägerei die totale Schlägerei finde ich gut ja das hat doch keinen Sinn mehr ist jemand von euch mit mir prügeln? nein die haben die Scheicht aus diesem Scheiß Tich heraus ich glaube hier kann man auch kein Duell machen ich weiß nicht Gott kleine Menschen oh mein Gott Zwerge Jenny bist du das? ist Jenny klein? ähh vielleicht das ist meine Freundin auch ziemlich klein wenn ich so klein bin Morsche 1,52 Hall und ich bin gefallen kann doch nicht beide da auf die Ebene, das geht nicht ich zieh immer zu viel Alkohol ich krieg's ja meistens sogar noch selbst wenn ich wieder zu leben da kommen noch mehr der springt runter er wollte sterben achso deshalb kommt er auf ihn da ist Loot in dem Boot da ist ein Boot in dem Boot ok das ist Hundefutter das ist wirklich Hundefutter? ja sag ich doch aus Skagfleisch aber Skagfleisch ist doch kein Hundefutter ich hab immer noch keinen Hund gesehen, ich hab bis hin nur Skaggs gesehen vielleicht sind Skaggs runter das wäre sehr kannibalistisch Skagfleisch an Skaggs zu futtern au kommt das jetzt her da ist der kleine Pisser und der Text ist übrigens auch mal dasselbe schade schade was ist das gerade vor fuck ey wie soll ich denn rankommen ich lieg grad auf dem Boden und versuche eine Miniatur schützen und was von dem Kapi doch klar muss man ich muss aber rankommen probier's nochmal da war ein Hut drin woran kommen was wie an das Boot hä wo ist das da tot ne nur weil es sich reimt denn was sich reimt ist immer gut ja es ist hier ja es ist hier wie kannst du da wir ich wollte springen aber dann fahr ich habe dabei vergessen dass ich eine halbe Sekunde Verzögerung habe und bin gefallen ich bin meine Textur und da hat noch übel spät noch ich soll es ganz speziell nochmal neu starten boah ich hab grad die Schattenmikrofon gespuckt naja Prozent das ist bisschen blöd wie kommen wir dahin gar nicht da zu dem wo man sich sagt muss ich das halt anschließen nein das kann ich anschließen dieses komische Mikrofon Ding erstmal waschen den Popshots so er stinkt ja egal ja weil man totalen Speichelflussung hat oder ich zumindest ich will gar nicht wissen wie das bei Rappern ist die die ganze Zeit in ihr Mikrofon so richtig rein spucken rein splitten ich kann das irgendwie nicht verstehen irgendwie alle spucken ihr Mikrofon nur ich nicht ich weiß nicht was ich am Popshots du kannst nicht spucken Kisch und daran liegt das du hast einfach keinen Speichelfluss ja bin ich auch jetzt voll drum so muss ich meine Popshots nicht waschen das ist nun fasse wie kommen wir da jetzt ran woran nein das leuchtende Teil da das grüne gar nicht ich will es haben fuck bin runter gefallen dann ist das einfach nur ein grün leuchtendes Licht nein das ist Reparaturkirche für Claptrap oh wo liegt der Bastard eigentlich ich hab's geholt wie holen wir solche Scheiße noch immer weil ich Inventar Upgrades haben möchte ich möchte Claptrap steig die Tragkapazität nicht aufstehen wieder aufs Maul fliegen bin gelevelt äh ich bin schon ein bisschen länger gelevelt das ist durch mich durchgefallen Kater ich bin Geist nein wir wollten jetzt das hier haben erstmal also das Fleisch ok dann müssen wir sowieso dahin gehen Gags sind Dosenfleisch Gags sind Dosenfleisch ja Attentäter Skill ist voll definitiv Attentäter Skill hatte ich glaube ich auch damals in meiner Klasse ich bin komplett voll geskillt oh fuck in deiner Schulklasse wie komplett voll geskillt hast du alles voll geskillt oder nur das höchste äh nur das höchste let's give it trügel größtenteils 3 hab ich glaube ich nicht befolgt also 3 hab ich glaube ich gar nicht guck das noch ja ich auch ja genau 3 hab ich gar nicht was ist das Bord hier ja ich hab auch schon mein erstes Gifflick voll und den zweifel nicht angekommen 1. Level nice Keishi auch Ian kommt mir nicht ich hab grad 888 HP Maximum gefällt mir so viele 8 dann au 3 warte grad kurzzeitig keine Pistolen ja die Pistolen sind echt nicht so gut das gibt mir einfach gar nicht damit glaube ich die ganze Zeit irgendeine Scheiße auf ja ich hab mir jetzt irgendeine Scheiße auf ja so ich guck jetzt mal ähm sind wir bereit für den Bosskampf? das bin ich ja das ist schon warte durchgeladen shotgun muss ich noch kurz durchladen naja ja wir müssen hier durch dann Pistole durchgeladen also ich glaub der Bosskampf kommt jetzt noch nicht der kommt bisschen später so hab schnell gelevelt warum hat das jetzt nicht getroffen? das Prinzip solltest du doch wissen rügerrrr rügerrrrrrrrrr rügerrrrrr hey Hitboxen kennt das Spiel auch nicht oder? der war grad 50.000 Jahre von mir Lichtjahre von mir weg und äh hat mich trotzdem kaputt geschlagen gekriegt oh ich bin tot alter die machen mich One-Hit ne? ja klar Nachkämpfer mit einer Axt schon ich kann mich übrigens kaum wiederbeleben ich bin nicht so schnell gewesen ja das war eh viel zu lang äh viel zu schnell wie das runtergegangen ist ja weil wir so oft sterben oh scheiße knallharte schwul oh Gott zwei Stück von denen Korsch ey hab grad mal ein paar Granaten reingeworfen hey die Granaten kann ich auch mal wieder benutzen sicher kann ich aber ja vor allem heil ich mich an den Dingern hoch noch nie ja 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 du hast neue Stärke gut ich bin er verständlich ich bin er verständlich mhm sprich weiter auf diese scheißpisser scheiß totale Schläger grrrr hin und wieder verziehe ich meinen Aim Ich aufrege. Was blaues? In der LMG. Sammels halt einfach auf. Ja, von der LMG hab ich natürlich direkt aufgesammelt. Bin auch fast tot übrigens. Weiß mal. Ich weiß nicht, worüber ich gestorben bin. Das war wie ne Explosion neben mir. Aber hier ist Schießhocken, keine Raketen. Ja. Keine Pause. Die ist ziemlich gut. Keine Pause. Oh, das ist noch Kiste. Oh, das ist noch Kiste. Kriegst du ne Kirschi? Ja, da hat der ihn so eureschein. Hätte ich sogar so gekriegt. Erstmal die Waffekiste angucken. Da hab ich noch ein Medikit für dich, Fisch. Danke, ich war bei 18 Leben gerade. Bitte, hab ich gerade gesehen. Im Blick noch eins. Äh, ein... Plasmod für Soldaten und ne Shotgun. 33x9. Das ist schlecht. Okay. Das ist schade. Pff. Das sieht ja nicht ganz, ganz schön aus. Das sieht ja nicht ganz, ganz schön aus. Ja, verätzt! Gah! Das sah cool aus. Ach ja. Borderlands mit Keishi. Doppelfunk 3. X3. Und das ist Reaver. Doppel D. Möchtest du nicht sterben Reaver? Danke. Gibt's nicht schönes. Dann geht das über Edge und verbrennst zur selben Zeit. Oh, ich hab Reavers Edge bekommen als Rapper. Sniper. der neuste stand der technologie von welchem jahrgang Prozent trainigte nur dreißig noch nicht trinken ab hier auch geiler haben von den streamen Prozent heute nicht an der Woche Samstag streamen aber er hat sich dann um ein Uhr nach Hause gekommen bin erledigt so wie du es dann können dann würde ich sagen wir können noch bis zum Ende des Canyons gehen und dann aufhören wir sind glaube ich am Ende des Canyons oder nicht das ist ein guter Weg ach scheiße die ist richtig ungenau die Waffe sie macht doch gar nicht so viel Schaden die ist voll scheiße ich benutze eine andere wieder das ist ja meine das fiegt der Kalasäure Schaden immerhin schon mal und ist tot die 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 Gibt es irgendeinen geilen Online-Shooter mit, also nicht Online-Shooter, sondern irgendeinen geilen Shooter mit Multiplayer-Mod? Wer im Shooter denn? Ja, weiß nicht. Was in der Art wie COD? Irgendwas mit Story halt. Shooter mit Story. Evolve. Fällt mir jetzt einer so da, da hat der Multiplayer in der Story. GTA 4 hat nichts mit der Story zu tun im Multiplayer. Ja, aber das spielt jetzt eine Story. Das spielt jetzt eine Story und das spielt jetzt ein Multiplayer. Wer? GTA 4 gibt's zur PC. Das soll GTA 4. Hallo, Part. Ah, ist er fertig? Gibt's schon. Ich hab grad einen gekillt. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ihr gestoppt enden wir in Part. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Haut rein, tschüss.